ja das ist sehr kompliziert muss ein komplex denken ich arbeite doch von oben wenn ich hochgehe ich glaube besser wenn ich das ganze jetzt so mache ich habe ihn so halbplatten machen können aber da habe ich jetzt gerade nicht gedacht egal gleich einfach eine werkbank gehen so da so das kann auf jeden fall bis über das ding hier machen obwohl macht erstmal noch eigentlich so sinn mal schon so weit gehen aber wir können hier noch zwei fehler ruhig reingehen denke ich so oh spinne naja mit ihr vorn wir noch ein bisschen schauen wir das machen allerdings hier so die ganzen so dass wir hier seit dann so flaggen dran doch das kann man machen glaube ich glaube ich so und das wird dann hier halt unser auch wird doch schon stylischer eingang das könnte nach und nach alles aufbessern hier und hier würde ich dann gibt es noch so ein fenster rein bekommen machen wir hier ein zwei hübschen höher gehen vier sagen wir mal auf der anseite auch und die stadt mit der stadt und zwei herzen Ey, 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 ey. Wann da rochen. Ey, ihr Phantome, was ist das? Wir müssen die down kriegen. ein hündchen bleibt doch drin so wenn ich schlafe sind weg oder genau stirbt ja wohl Die haben mir jetzt auch gerade noch gefehlt, die Phantome Die haben wir ja letztens diesen erst kennengelernt Am Ende Hier müssen wir die Beine auf dieselbe Höhe bringen So Andere Seite auch machen Warte mal Ah, hier haben wir eine Reihe zu viel gemacht, sehe ich gerade Mach mal wieder keine Reihe So Die machen wir das denn hier am besten jetzt Also hier können wir auf jeden Fall erstmal noch eine Schicht Holz setzen Ich denke das ist ganz gut so Ich muss ja auch immer merken, dass beide Seiten nicht gleich sind Allerdings Das heißt wir werden auch beide Seiten nicht gleich bauen Aber die müssen halt trotzdem zueinander irgendwie passen Das ist ja auch wichtig Also hier haben wir das sabermagin Und weißt du hiermente so Das ist ja auch einfach Und wir können hier machen Nicht nur noch nicht Das ist ja auch immer noch Also hier muss ich Und da ist ja auch noch Und da ist ja auch noch Und da ist ja auch noch Ich muss ja auch noch Und da ist ja auch noch Komm, wir tryen mal was. Ich hab keine Ahnung, dass es gut wird. Aber wir können es ja mal versuchen. So. 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 Jawohl, so kann man doch was. Immer dieses Fingerspitzengefühl bei so Sachen. Obwohl, ich muss sagen, auch dieses, warte mal, äh, nehmen wir doch mal diesen guten Stein, das sah auch nicht so scheiße aus, warte mal. Alter. So. Oh shit. Na, ich denke, kann man machen, wenn wir dann hier, dann hier, dann so... Ja doch, ich hab die Idee, ich mein, ich hab eine Idee. 1, 2, 3. Hier können wir dann, äh, Pflanzen setzen. 2, 3. Mach mal da Falltüren einmal drum. Boah, doch. Boah, das wird was, das wird gut. Ja, das kann was werden. Äh, wie machen wir nochmal Falltüren, muss ich jetzt mal gucken. So, oder? Ja, 2 kriegen wir noch, okay. Ich glaube, 6 Stück brauchen wir. Ey, Baum 5. Na, lass mal so. Ja, so können wir das tatsächlich lassen, finde ich. Ja, doch. Hat was, hat was, hat was. Jetzt will ich nur, glaub ich, dieses Holzgerüst auf der anderen Seite auch nochmal hinbekomme. Äh, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach oben. So, warte mal, das mach ich mal kurz weg. Dann fang ich an von hier, würde ich sagen. Und das ist, äh, eigentlich. Oh, ist das kompliziert, du. Oh, das wäre auch immer so, so, zack, zack. Und dann haben wir hier das da. Ja, das ist super mit R, das ist doch, so ist einfacher. Oh, den nicht abbauen. Was ist der? Hier geht einer so. Dann ist hier unten so ein Holzteil. Ja. Ich glaub, das ist richtig. Ich muss hier irgendwie runter hier, so. ne, verkehrt rum. Genau so müsste es jetzt richtig sein. Jawohl. Hier können auch überall Fackeln draufsetzen. Mal hier, diesen, diesen Bullshitbaum war gleich weg. Mal gleich weg. Ich will erstmal ganz kurz, äh, da müssen wir hier Fackeln haben. Und dann, würde ich sagen, haben wir hier dieses Fenster-Ding. Unser Haus würde, denke ich, wenn wir so bei, bei bleiben, dass alles gut aussieht, tatsächlich auch krass werden vielleicht. Man weiß ja nie. Aber bisher sieht das Ganze auch wunderschön aus. Hexe, töten. Was, was gedroppt? Eine Flasche. Oh ne, Creeper, auf dich hab ich keine Lust. Wäre Gott. Mal besser gesagt, sehr gut. Ohu. So, hier hoch. So, ihr könnt da auch ein paar Pflanzen hinsetzen. Eigentlich würde ich gerne so rote Rosen her setzen wollen. Oh, die roten da vielleicht da hinten. Ich glaube, rot und weiß ist eine gute Mischung. Was, wenn ich dann, weiß ich wahrscheinlich nicht, dass alles in der Zwischenzeit hins sehe. Alles beteender. Wunderschön. Oh, das ist hier. Ich hab die Klau. Oh, das ist mir nicht. Ich hab die Klau.